Die zweite Stellung ist Dengsheng Gu. Dengsheng Gu haben wir bei den Kickstars schon gehabt. Also ihr stellt einen Fuß nach hinten, den anderen nach vorne. Worauf muss ich achten? Nummer eins, das Bein hinten ist gerade. Das ist nicht so geknickt. Und wenn das gerade ist, dann haben wir nämlich auch den zweiten Punkt und zwar die Hacke ist auf dem Boden. Und zwar beide Füße sind komplett auf dem Boden. Das vorderste Knie ist gebeugt und der Rücken ist gerade.